Es lag Schnee auf den Feldern. Vom Fenster aus konnte ich in einiger Entfernung drei weitere Höfe sehen. Sie leuchteten in der Dunkelheit. Vor einem der Häuser hatte man einen Tannenbaum auf dem Hofplatz aufgestellt. Es waren noch vier Tage bis Weihnachten. »Mama«, rief Ellen, »sieh mal in den Ofen!« Ich wandte mich um und hockte mich vor dem Backofen hin. Ellen hatte recht. Die Pfefferkuchen waren fertig. Ich nahm die Topflappen und zog das Backblech heraus. Ellen schob bereits gebackene Kekse und Keksformen zur Seite, um Platz auf dem Tisch zu schaffen. Ich gibte das Blech auf den Tisch und die Plätzchen glitten hinab. Ein ganzer Haufen von Schweinen und Engeln und Sternen. Ellen sah mich an und lächelte. »Jetzt haben wir fast so viele Pfefferkuchen wie Pippi«, sagte sie. »Mmm«, sagte ich und lächelte zurück. »Vielleicht haben wir sogar mehr.« »Mehr Pfefferkuchen als Pippi«, Ellen jubelte. Ich betrachtete ihr helles Haar. So hell war meines nie gewesen. Ich betrachtete die Lachgrübchen in ihrem Gesicht. Die hatte sie von Geburt angehabt. Ich kann mich daran erinnern, wie wir sie entdeckten. Wir lagen im Doppelbett im Krankenhaus. Ich hatte immer gedacht, Neugeborene seien erschöpft und wollten nichts als schlafen. Es war Nacht und die Geburt hatte über 20 Stunden gedauert, aber Ellen war wach und klar. Sie lag dort zwischen uns und schaute. Und da sahen wir die Grübchen. Ich weiß noch, dass ich mich wahnsinnig darüber freute, dass sie da waren. Sie waren ein deutliches Zeichen für etwas völlig anderes. Etwas, das nicht von einer kam und nicht von mir oder von unseren Eltern. Ich glaube, dass ich damals hoffte, dass sie einen Neubeginn bedeuteten, dass das Leben tatsächlich aufs Neue beginnen könne, dass es möglich sei, völlig ohne Narben zu sein, ohne Spuren. Dann kam Mama zu Besuch und sagte, die Lachgrübchen habe Ellen von Papa. Aber das ist nicht wahr. Papa hat keine Lachgrübchen, nur Lachfältchen. Ich sah Ellen an. Sie saß auf ihrem Stuhl und spielte mit zwei Pfefferkuchenfrauen. Sie hielt sie wie zwei Puppen. Sie gab ihnen verschiedene Stimmen und die beiden unterhielten sich leise miteinander. Ellen merkte, dass ich sie ansah. Guck mich nicht an, Mama, sagte sie. Okay, sagte ich und sah weg. Wollen wir nachher zu einer rausgehen und ihm ein paar Pfefferkuchen bringen? Wir sahen uns im Fernsehen Weihnachten in der Schumacherstraße an und ich räumte die Küche auf. Es war eine große, alte Küche, die Schränke und Wände waren hellgelb und alles wirkte etwas leer. Wir hatten vor, sie im Sommer zu streichen. Es war noch nicht lange her, dass wir eingezogen waren. Ich hatte nie geglaubt, dass ich einmal auf einem alten Bauernhof wohnen würde. Manchmal, wenn ich aufwachte und es still und dunkel war, wusste ich nicht, wo ich mich befand. Es fühlte sich an wie ein Hieb in den Nacken. Ich musste verschlafen haben, die Vorlesung, ich würde zu spät kommen. Dann gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit. Ich konnte die Umrisse der Dinge erkennen. Ich sah die Wände, die Tür, das schwache Licht, das durch die Rollos hereindrang. Ich hörte einers Atem vom Kissen neben mir. Jetzt bist du auf dem Land, Segne, sagte ich zu mir selbst. Hör, wie still es ist.